Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Auf diesem Kanal so von gleichem Zolle, da machen wir heute mal ein Animator-Pack-Opening und der gleiche zieht heute eine Mythic. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Also hier in der Space Challenge, die 32K werde ich gleich knacken. Aber bevor ich das mache, fange ich, also ich möchte jetzt ein normales Pack-Opening machen und guck hier da, die Super Mythic Stones 950. Mal schauen, was ich heute angeboten bekomme. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem mit einem Kraftstein. Bekommst du die, bekommst du die heute, die Restige 50? Ja, ja, natürlich. Ich krieg die jetzt, ich brauch, ich hab... Und dann kriegst du drei Mythics zu. Jetzt müssen wir erstmal das Intro spielen. Zur Auswahl. Ja, jetzt müssen wir erstmal das Intro spielen. Achso, ja genau. Fangen wir mit dem Intro an. So, ähm, so, ja. Ja, gleich sag mir, dass das... Lass mich, ich mach jetzt hier... Oh, gleich eine Pantry Guns. Das ist natürlich geil. Pantry Guns ist gut. Das ist gleich aus den Greater Epic Stones. Pantry Guns ist eine coole Karte. Die kann ich ganz gut auch für diese Special Challenges gebrauchen. Jetzt macht er gleich diesen Greater Epic Stones. Ja, guck mal. Ja, natürlich. Auf den keinen Entspuch auch der Karte. Äh, da kommen immer, immer Leggis raus. Nicht immer. Doch. Also bei so vielen, wie ich's jetzt momentan habe, krieg ich noch bestimmt mindestens zwei Leggis. Also insgesamt drei. Toll. Aus 20 Stück zwei Leggis. Super. Drei Stück insgesamt. Super. Super. Drei Stück insgesamt. Und eben grad die Pantry Guns ist gut. Die kann ich gut gebrauchen. Leute, bitte, schreibt in die Kommentare, soll er gleich den Greater Epic Song machen? Äh, natürlich. Ich mach die immer auf. Echt? Sollen wir die doch mal auf Westzone-Account, dann mach mal ein Riesen-Book-Opening? Nein. 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 Leute, wir machen übrigens mal das Epic... Das haben wir mal angekündigt, Leute. Wir machen mal dieses Epic-Opening, weil ich gleich live hin darf und da von drei Accounts epic wirft hin darf. Du hast eine Probe nach... Das haben wir einmal gesagt. Das hast du mal gesagt. Ja, und da hast du mir zugestimmt. Ich hab da... Du machst mal Livestream, wo du drei Accounts... Habe ich überhaupt nicht. Da ging es um so und so viele Likes und die haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Insofern... Doch, haben wir. Nein, haben wir nicht. So. Doch, haben wir. Nein. Leute. So, also, jetzt geht es hier weiter. Wir gucken mal hier. Ein Gewehr. Toll. Sind nur noch 15 Stück. Da kommen jetzt bestimmt noch zwei Leggis raus. Das ist voll komisch, heute mal direkt neben dem zu sein. Bürgerkostüm. Noch 14. Warte. Mir gibt es ganz komisch. Samurai Toshi. So. Leute, ich hab Angst. Vorschul Stewie noch 12. Haben Sie Angst? Wovor? Von mir? Surely not. Nö, okay. Dann halt nicht. Vielleicht krieg ich ja aus den Super Epic Stones auch noch eine raus. Das wär ja der Oberknüller, ey. Super Epic Stones. Ja. So toll, dass sie ja auch uns welche bekommen. Noch eine Musik. Jetzt wird es aber... Super Epic Stones. Ganz bestimmt Super Epic Packs. Super Epic Packs. Oh mein Gott, Leute. Die Super Epic Stones sind heute auch wieder on point, Leute. Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Super Epic Stones, wenn ihr die Super Epic Stones kennt. Der kann einem auch. Super Epic Packs. Super Epic Stones. Halt die Klappe. Oh mein Gott, that's massive. Super Epic Stones. Super Epic Stones. Super Epic Stones. Was ist nicht Super Epic Stones? Kannst du mir mal zeigen? Wo? Ja, ist jetzt gut. Zeigen Sie mir. Los. Gleich zeigen Sie mir die Super Epic Stones. Warte, 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 wann kommt das Video. Weiß ich noch nicht. Aber ziemlich bald. Okay, dann haben wir bestimmt schon mal das Monopoly gespielt, Leute. Monopoly Online gegen Online-Spieler. Monopoly Business. Business. Business, ja. Musiness. Ja. Genau. Oh, da kommt doch jetzt wirklich nur Schrott bei raus. Kommen wir jetzt wenigstens zum Schluss bei den letzten drei noch eine Leggie dabei. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Wenigstens noch eine Leggie. Oh, Alter. Noch ein Vitruvianischer Mensch. Wisst ihr, was ich mir heute wünschen würde für die Mythics? Erstens als Auswahl. Ich weiß, die gucken wir mich schon so komisch an. Luis. Zweite Auswahl. Lila. Dritte Auswahl. Stui. Du hast wohl eine Obermacke. Dann können sie aussuchen. Du hast wohl eine Obermacke. Zwischen. Mist, guten Mist. Du hast wohl eine Obermacke. Jetzt noch elf super phänomenale Pakete. Schauen wir mal. Da machst du noch eine Leggistons auf und danach geben wir schon ein Ding. Noch die Golden Turds. Da kriegst du gar keine Mythic rauskommen. Wir könnten jetzt direkt überspringen und direkt oben auf den grünen Pfeil drücken. Direkt oben auf den grünen Pfeil drücken, Leute. Da gibt es eh keine Mythic raus. Schreibt mal in die Kommentare, denkt ihr, es kommt eine Mythic raus? Oder denkt ihr, es kommt keine Mythic raus? Was denken sie? Na gleich? Da kommt jetzt natürlich keine Mythic. Ich sag, es kommt einer raus. Aber... Ich sag, es kommt einer raus. Das wäre ja der Oberknüller. Aber das glaube ich nicht. Das wäre ja sensationell. Oh man, ich wäre froh, wenn wenigstens mal eine Leggi rauskommen würde. Also ohne Scheiß. Guck dir diesen Mist an, der da bis jetzt hier... Oh, Brains Martini. Brains... Brains... Brains Martini. Brains Martini. Genau. Brains Martini. Weinschuh. Oh. Wir brauchen Weinschuh. Brainschuh. Alter. Verdammt. Aber die Super... Uaaaah! Naja gut. Long Stick with Sharp Rock. Aber die Super Epic Stones, Leute, die sind schon krass. Long Stick with Sharp Rock. Leute, diese Super Epic Stones, die sind unfassbar geil. Kennt ihr die? Es kann sogar sein, dass ich Long Stick with Sharp Rock dann zweimal Quad-fused habe. Leute, kennt ihr die Super Epic Stones? Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Nein. So. Disco-Quilig. Gleich spielt das Spiel seit 2016. Und kriegt immer noch... Noch eine Student Lucky! Und denkt, dass es eben... Ja, man! Student Lucky! Student Lucky! Student Lucky! Super Epic Stones gibt. Student Lucky! So, damit bin ich hier durch. So. Jetzt haben wir noch... So, wo sind wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch ein paar... Golden Turds. Golden Turds. Danach geht's direkt an die Musik. Ja, muss ich noch einen Kampf machen? Was für ein Kampf? In der Space Challenge. Ich will es dann zeigen. Warum ist mein Mund die ganze Zeit offen in der KM? Na? Keine Ahnung. Weil er im echten Leben auch die ganze Zeit offen ist. Wo denn? Wieso geht da gerade nichts? Warum komme ich jetzt nicht hier drauf? Er reagiert gerade nicht. Hallo? 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 Is it reacting? What? Hallo? Komm! Mach irgendwas! Tu was! Was? What the fuck? What the fuck? Come on baby! Come on baby! 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 Auf jetzt! Der macht gerade gar nichts, ne? Hallo! Spiel! Bist du da? Draw down! Draw down! Mhm. 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 Ja irgendwie hat es sich jetzt aufgehängt scheinbar. Da muss es gerade nochmal neu starten. Ähm. Ist echt jetzt ein bisschen... Wollte ich auch schon mal machen. So, also. Jetzt gehen wir direkt da rein. Golden Turd. Machst du an Avengy Stones auf? Ja natürlich. Oh Gott. Leute. Langweilig. Äh. Das ist ein Pack Opening. Sorry. Was soll ich da... Hab ich eh schon 5000 von. Ja du. Ist klar. Wer braucht Leggies man? 500 Mythics hab ich schon. Ja. Ist klar. Ich hab schon 500 von... 13 Mythics oder so. Jaja. Du hast... 513... Keine Ahnung was. Aber mit Sicherheit... Ja das... Wollte ich gerade nicht aussprechen. Habe ich mir aber gedacht. Ich hab mir ein Dach gekauft. Ging aufs Haus. Ach. So. Lobrau. Oh Gott. Lobrau. Ich hab jetzt noch 3 Golden Turtles. Leute. Wie nennt man... Ach ne. Bitte jetzt nicht so billigwitze wieder. Das muss ich auch mal ganz was sagen. Das passt jetzt so wieder. Elmobil. Wie nennt man einen Waschbär, der sehr sehr viel trainiert. Eine Waschmaschine. Wuhuu. Hast du den nicht schon mal irgendwann im Video erzählt? Nein. So. Lobrau. Keiner wie will nicht. Da wär ich mir nicht sicher. So. Ich weiß nicht. Erzählt Witze gerne öfters. Und... Alter! Keine einzige Lechi rausbekommen! Willst du mich verarschen? Vor allem wenn's so gut sind. Ey gleich für unser Leben wär's gut? Als ich ihn irgendwann... Also so vorm... zwanzigsten Mal als du mir erzählt hast fand ich ihn vielleicht mal noch gut. Aber dann so seit den letzten 19 Malen finde ich ihn dann irgendwie... Mint Julep! Das war ja die... Wie viel haben wir noch? Vier Stück. Begrüßungsmojitos. Begrüßungsmojitos. Also du das wirklich alles auf Deutsch aussprichst. Natürlich! Peter! Peter! Wenn da... Das P-Telle! Das E-Telle! Und was das nächste ist? Serviettenkunst. Und noch eine. Und noch eine. Und dann ist es soweit. Dann ist es endlich soweit. Snot Rocket! Nein! Jetzt wird der Kampf gemacht. Es note Roh-Rakete. Space Clash! 31.721 habe ich... Ein einziges Match bleibt mir noch offen. Wenn du das verlierst? Naja selbst dann. Ich brauche nur 300 Punkte und ich kriege die... Zusammen! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe echt gedacht das wird verdammt eng. So und das kann ich jetzt verlieren gegen Walkers of Mayhem. Und trotzdem kriege ich es zusammen. Kapitulierst du? Nö. Ich kapitulier jetzt nicht. Ich versuche trotzdem dieses Match zu gewinnen. Mit Peter? Da haben wir schon mit dem P-Telle. Da haben wir schon eines Not Rocket. Kannst du bitte das Not Rocket auf Deutsch übersetzen? Also jetzt hier ist jetzt Blutsauger gegen Blutsauger. Aber meiner wird verlieren. So wie es aussieht. Ist mir auch egal. Ist mir wirklich egal. Also... Schauen wir mal. Vielleicht kann ich hier tatsächlich noch mit dem Cadet Hill was reißen. Aber das... Nein. Cadet. Cadet Hill. Es ist echt... Ne. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das kann ich tatsächlich eigentlich jetzt schon... Oder... Alter nein. Das kann ich jetzt weg. So. Verlierst deine Energie. Ist mir scheißegal. JoeW22. JoeW22. Ähm... Ja. Jetzt ist es soweit. 1450 habe ich jetzt auch drauf bekommen. Und... Jo Leute. Jetzt kommt ja auch gerade hin. Jetzt kommt ja die Mythic. Jetzt... Meilenstein erreicht. Leute. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Drei Mythics sollte ich jetzt zur Auswahl bekommen. Ich habe ja das bis jetzt noch nie gehabt. Was ist eigentlich das andere? Geh mal. Geh mal. Geh mal nach oben drauf. Das sind die Objekte. Ja. Was ist das? Okay. Gibt es dann die... Ähm... Die Mythic Support Karten. Achso. So. Und damit... habe ich Super Mythic Stones zusammen. Und jetzt verwende ich das Ding. Und jetzt gucken wir mal was passiert. Drei Stück zur Auswahl... Heli. Boomower. Boah. Heli Boomower. Stan. Äh Boomower. Ja gut. Denn Stan kann ich theoretisch so mal ziehen. Aber Stan ist natürlich auch geil. Geh in die Boomower. Aber ich... Aber den Boomower kriege ich sonst nicht mehr. Nein. Kriege ich dann. Boomower. Deswegen... Ich muss den Boomower... Alter. Ich muss den Boomower nehmen. Alter, wenn ich das gewusst hätte, ne? Dann hätte ich die Hayley... Dann hätte ich auf den Dr. Seidberg weiter gespart. Ist egal. Ich nehme jetzt den Boomower. Den Stan könnte ich unter Umständen aus den Super Epic Packs mal ziehen. Das ist eine Farmable. Also hier... Für die Leute, die sich noch nicht so auskennen in dem Spiel. Es gibt ein paar Farmables, ja? Über die Super Epic Packs. Dazu zählt ein Stan. Ein Boomower eben nicht. Deswegen... Obwohl Stan eigentlich besser ist als Boomower, werde ich jetzt den Boomower nehmen, weil den kriege ich sonst nicht mehr. Weil den werde ich mit Sicherheit nicht zusammensparen. So, also ich nehme den Boomower. Akzeptieren jetzt. Und damit habe ich meine nächste Mythic zusammen. Leute, dieser Moment, wenn ihr daneben sitzt und euch denkt... Womit hat er was verdient. Alter, mit viel Blut und Schweiß, was ich in dieses Spiel reinstecke, habe ich das verdient. So. Ja, und dann müssen wir die natürlich noch hier... Und jetzt hast du keinen um 19.5. Doch, habe ich. Darauf habe ich extra geachtet diesmal. Da ist er, der Boomower. So, und jetzt kann ich den ganzen Kram hier erforschen. 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 Wie viel Mythic hast du jetzt schon? Sechs Stück? Das ist meine siebte. Siebte? Ja. Ich habe Bob, Lila, Hayley, Boomower, Bobby hätte ich gerne gehabt. Ähm, Louise, Peggy und das... Ah, und's Dui noch da hinten. Ja, klar. Und das war's. Ich hätte jetzt gerne Tina gehabt. Oder Roger. Oder Professor Farnsworth. Peter wäre geil gewesen. Peter. Das wäre geil gewesen. Was wäre noch geil gewesen? Bobby natürlich. Auch Bender. Mythic Bender wäre Obersetzt. Dr. Seidberg. Na ja, gut. Das ist halt Oma geworden. Also, wenn es euch dem Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dann, haut rein. Und... Ciao. Ciao.